Ja, meine Damen und Herren, ich habe jetzt die honorige Aufgabe, Ihnen in 15 Minuten das Thema Digitalisierung aus einer vielleicht ganz anderen Perspektive nahezubringen und das Ziel soll sein, dass Sie für den heutigen Tag, vielleicht auch für den heutigen Abend Diskussionsstoff bekommen, wie man Digitalisierung auch anders diskutieren kann. Wir sehen in der Berichterstattung, in der Medienberichterstattung nun in Deutschland und auch in Österreich mittlerweile, auch in der Schweiz beginnt es doch ein einheitliches Bild, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Heute hat das Handelsblatt mal wieder aufgemacht, wie denn Deutschland letztendlich nun endlich, endlich diese Digitalisierungsstrategien schaffen kann, was getan werden muss, damit es in Deutschland in den nächsten vier Jahren, in der nächsten vorausschauenden Legislaturperiode nun mit der Digitalisierung vorangeht. Aber nicht nur das Handelsblatt ist da ganz vorne, auch die FAZ, die Zeit, natürlich proklamieren die Notwendigkeit einer flächendeckenden Sozialisierung in Wirtschaft und Gesellschaft. Und das ist auch gar nicht so verkehrt. Wir haben ja auch in den Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen, dem größten Flächenstaat in der Bundesrepublik Deutschland, als auch im vergangenen Bundestagswahlkampf große Plakate gesehen, in denen es dann hieß, Digital First, Bedenken Second. Das war die FDP. Man fordere eine Beta-Republik Deutschland, in der man nicht groß nachdenken müsse, wir denken eh zu viel in dem vergangenen Land der Denker und Dichter. Man müsste endlich im Silicon Valley-Modus Trial and Error in der Digitalisierung von jeglichen Gesellschafts- und Ökonomiebereichen vollziehen. Man müsste so lange Trial and Error machen, bis dann irgendwann, wie wir es heute Morgen schon im ersten Vortrag gehört haben, auch endlich sich ein Erfolg einsetzt. Wie dieser Erfolg aussieht, hat weder die FDP mit Christian Lindner an der Spitze noch die vergangenen zwei Legislaturperioden der Bundesregierung definieren können. Und auch in den Sondierungsgesprächen für eine neue Regierung war man sich zwar völlig einig, dass die Zukunft eigentlich nur, also man war sich in keinen Dingen einig, aber in einer Sache, nämlich in der Digitalisierung. Man müsste da jetzt also voranschreiten. In der Frage, wenn man mit Politikern und Bundespolitikern, Landespolitikern spricht, was ich sehr häufig tue, kommt aber keine Pragmatik und schon gar keine operativen Vorschläge, wie das denn nun aussehen sollte. Da muss das Hannesblatt heute früh einsteigen oder ist heute eingestiegen mit der Veröffentlichung, in dem es wieder um IT-Breitbandausbau geht, in dem es natürlich um die Einführung von digitalen Technologien in den Bildungswesen ginge, in dem es mal wieder, das haben wir auch schon seit 20 Jahren in Deutschland, endlich mal um die Professionalisierung von IT-Kräften ginge und wenn die nicht da wären, dann müsse man sie halt mal wieder importieren. Die sogenannte digitale Revolution als solche ist vielleicht gar keine digitale Revolution. Vielleicht ist das, was wir jetzt hier besprechen, was Sie hier besprechen, indem wir hier in diesem Diskursraum sind, vielleicht der falsche Ansatz. Aber eins ist ganz richtig, wir haben schon eine Revolution, aber vielleicht ist sie keine digitale, sondern wir haben eine Nutzer-Revolution. Diese Nutzer-Revolution ist entstanden durch die Einführung des ersten Smartphones vor rund zehn Jahren, zehneinhalb Jahre ist es nun mal her, als Steve Jobs im Silicon Valley das erste iPhone präsentierte. Das kann man in jeder Gazette mittlerweile nachlesen und das hat etwas verändert in unserer Gesellschaft. Es hat etwas verändert, weil das Thema digital nun für jeden, ob jung oder mittelalt oder ganz alt, auf einmal in der Handtasche, in der Brieftasche, in der Jackentasche, in der Hosentasche ist. Wir haben also das Internet in unseren Taschen, wir haben mit mobilen kleinen Computern den Zugang zu Informationen auf dieser Welt und das ist eine fantastische Sache, um das vorneweg ganz klar zu sagen. Wir haben aber auch in der Nutzung dieser digitalen Medien seltsame Beobachtungen, seltsame Phänomene. Wir haben, wir sehen, dass seit Jahren die mobile Datennutzung exponentiell steigt, gerade im mobilen Bereich. Wir sehen aber, dass die intelligente Nutzung, wenn man also es bezieht auf produktive Nutzung bzw. auf intelligente Nutzung einen riesen Gap zwischen Nutzungsquantität und Nutzungsqualität. Wir sehen darüber hinaus, dass sich auch in dem individuellen persönlichen Nutzungsverhalten wir uns verändert haben und vielleicht ist das irgendwie ein neues Kulturgut, das wir noch definieren müssen oder das für uns definiert wird, aber eins können wir sehen, das Digitale verdrängt immer mehr das Soziale. Als ich in Berlin jüngst unterwegs war, habe ich auf einem großen Plakat gesehen, das war ein großes CDU-Plakat von unserer Mutti. Da hat einer mit einem großen Edding draufgeschrieben, ich zitiere, wenn ich im Leben ein Arsch bin, dann werde ich im Internet zu einem Arschloch. Da haben wir es wieder mit den sozialen geistigen Ergüssen im Journalismus vielleicht. Das war jetzt ein offenkundiger, anonymer Beitrag, aber eins ist schon richtig, was wir brauchen, ist in den Digitalen Medien eine souveräne Persönlichkeit. Eine souveräne Persönlichkeit, die uns eben nicht wegbringt von den tradierten Kulturtechniken des Lesen, Schreiben, Rechnens, die uns nicht wegbringt von der sozialen und interaktiven Kommunikation und die uns auch vor allem nicht wegbringt von unseren Sozialkompetenzen, die für ein gesellschaftliches Miteinander bekanntermaßen ja unabdingbar sind. Das heißt, wenn wir über Medienkompetenzen, über digitale Kompetenzen reden heute und in Zukunft, dann vergessen wir häufig, was eigentlich für eine Gesellschaft und was für die Menschen, für das Zusammenleben eigentlich am wichtigsten ist. Aus meiner Perspektive. Das ist erstens die Sozialkompetenz, miteinander umzugehen, Konflikte im Sozialen lösen zu können und nicht in WhatsApp-Räumen und anonymen Foren. Das ist wichtig, auch als Grundlage für eine Empathiefähigkeit, sich in andere hineinfühlen zu können, überhaupt Gefühle entwickeln zu können, überhaupt zu entdecken, dass man selber auch noch Gefühle hat, die in der digitalen Welt überhaupt keine Rolle spielen. Es ist weiterhin die Grundlage dafür, dass wir Toleranz üben und zwar Toleranz im Umgang miteinander, ob das nicht nur immer politische Highlights sind wie Flüchtlinge, sondern auch Toleranz im Umgang mit unterschiedlichen Meinungen. Und es ist weiterhin auch die Grundlage dafür, dass Menschen nach wie vor, das ist meine feste Überzeugung, ein übergeordnetes Interesse haben sollten, das über dem eigenen Egoismus steht. Sehen wir aber in der Gesellschaft, sehen wir an Bahnhöfen, an Flughäfen, in Restaurants uns ein wenig um, sehen wir uns in dieser Veranstaltung um, in der ersten Reihe zu meiner Linken, dann wird im Grunde genommen die soziale Kommunikation verdrängt durch das Digitale. Wir sehen, dass nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene sich gegenüber sitzen und mit zum Smartphones kommunizieren über WhatsApp, Facebook, Messengers und so weiter und so fort. Wir sehen, dass in den heimischen Familien, wenn die Familie am Abendbrotstisch beispielsweise sitzt, der Computer dominierender ist als der soziale Austausch des Alltages. Und wir sehen auch insbesondere, wenn kleinen Kinder ab dem zweiten Lebensjahr, manche sogar schon früher, auf den Tablets dieser Welt herumwischen, offensichtlich ganz motiviert und ganz glücklich zu sein scheinen. So jedenfalls in der Beobachtung mancher Eltern. Jetzt hat die Bundesregierung auch aufgrund meiner und unserer Aktivitäten eine Studie in Auftrag gegeben, 2016, die jetzt veröffentlicht oder Ende 2016, Anfang 2017 veröffentlicht wurde, die sogenannte Blickstudie. Und die Bundesregierung hat auf die kritischen Aussagen, wie sich dann Gesellschaft gerade so verändert, vielleicht verändert sie sich auch gar nicht, vielleicht ist es auch noch mal, ganz verschiedene Perspektiven beleuchten dieses Thema, mit dieser Studie Interessantes zutage geführt. Das Erkenntnisinteresse und die Leitfrage war, gibt es überhaupt einen Zusammenhang, also gibt es überhaupt einen Zusammenhang, ganz originär, zwischen der Nutzung von digitalen Medien und der eigenen Verhaltensentwicklung. Und das bezogen von Kleinkindern bis hin zu Jugendlichen im Alter von 17 Jahren. Und da kann man nun verschiedene Thesen vorher formulieren, es wurde dort auch formuliert und die Studie zeigt Überraschendes. Es gibt nicht nur einen Zusammenhang, sondern es gibt einen sehr signifikanten, eine sehr signifikanten, das heißt wissenschaftlich über drei Viertel, über 75 Prozent, einen sehr signifikanten Zusammenhang zwischen der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Nutzung von digitalen Medien. Und so hat man festgestellt, dass es bei einer Mehrzahl, und das wächst linear und stetig, bei einer Mehrzahl, insbesondere bei Kindern zwischen zwei und fünf, eine wachsende Hyperaktivität gibt, eine wachsende Konzentrationslosigkeit, eine wachsende Kooperationsunfähigkeit, auch zu den eigenen Eltern und eine wachsende, und das ist eigentlich das Erschreckende, auch eine wachsende Beziehungsunfähigkeit. So sehen wir dann halt auch junge Mütter, dann immer mit ihren Smartphones und die Kinderwagen durch die Gegend zu schieben und da denkt man irgendwie so, das ist ja so ganz normal. Ich meine, es ist ja auch langweilig, eigentlich ein Kinderwagen mit einem schlafenden Kind durch die gegenzufahren, also das verstehe ich schon. Naja, nebenbei ein bisschen Fernsehen zu gucken, kann ich auch irgendwie, also auf dem Smartphone kann ich auch irgendwo verstehen, aber auch diese Blickstudie der Bundesregierung zeigte, dass es hier doch zu Beziehungsstörungen kommen kann, nicht muss, aber kann, kann deswegen, weil es natürlich wissenschaftlich über Langzeitstudien noch gar nicht erforscht ist, ob das auch tatsächlich eintritt. Interessanterweise ist, dass das nicht nur für die Kleinkinder von zwei bis fünf eintritt, sondern vor allem auch für die darauf folgenden Altersgruppen. Die KIM-Studie im Jahre 2016 hat dargestellt, dass wenn man die Bildschirmzeiten von sieben bis siebzehnjährigen aggregiert, also Bildschirmzeiten Fernsehen plus Spielekonsole plus Smartphone plus Computer plus Laptop, ein Drittel der Zielgruppe in Deutschland auf eine Nutzungszeit von durchschnittlich sieben Stunden pro Tag kommt. Ich habe mir in einer Veröffentlichung den Spaß gemacht und habe das als anders genommen. Ich finde das jetzt gar nicht so, es ist mal schlecht, das muss man jetzt erstmal als Fakt sehen. Und mal so ein Arbeitsalltag eines Kindes und ich habe ja selber eine Achtjährige zu Hause mal ausgerechnet. Da kommen dann sieben Stunden Bildschirmzeit dazu, dann kommen sechs Stunden Schule, eineinhalb Stunden Hausaufgaben, dann noch eine Stunde Essen, das dauert bei Kindern eh meist, häufig immer ein wenig länger. Dann kommen noch die drei Sportkurse, die in der Woche noch bedient werden müssen und dann kommen ja auch noch sieben Stunden Schlaf. Wenn sie das alles aufaggregieren, das passt jetzt nicht so ganz in meine Rechnung, kommen sie auf einen Zeittag von 28 bis 30 Stunden. Kann gar nicht sein, muss also irgendwie substituiert werden. Also diese Fakte, diese faktische Bildschirmnutzungszeit muss dann irgendwie kompensiert werden. Also wie passiert das? Heute erscheint Juster Mente um 11 Uhr, wird in Deutschland die neue Gym-Studie vorgestellt, 2017 vom Medienpädagogischen Institut Baden-Württemberg. Das ist eine der größten Durchschnittsstudien über das Mediennutzungsverhalten der Jugendlichen von 14 bis 17. Und auch hier stellt man mittlerweile fest, dass die digitalen Medien und hier vor allem die Messenger-Systeme, WhatsApp ganz vorneweg und Snapchat dann als Punkt 3 in diesem Ranking quasi das Leben, das soziale Leben dieser Zielgruppe, dieser Jugendlichen komplett durchdrungen haben. Das macht quantitativ eine Rolle spielen, aber auch qualitativ, weil hier die soziale Kommunikation substituiert wird durch die digitale Kommunikation. Ist das schlecht? Ist das nicht schlecht? Das werden wir in zehn Jahren wissen. Meine Hypothese ist, es ist nicht ganz gut, denn es gibt einen Zusammenhang, es gibt eine Korrelation zwischen dem individuellen Glücksverhalten und der täglichen Datennutzung. Das zeigen keine konkreten Studien, aber Korrelationsstudien, die darauf hinweisen, dass wenn eine Mediennutzung insbesondere im mobilen Bereich über eine Stunde pro Tag stattfindet, dann das sogenannte Happiness-Verhalten sukzessive abnimmt. Das heißt also, irgendwo gibt es einen Grenznutzen des Glücksverhaltens. Wenn man es nutzt und effektiv und zielgericht nutzt, dann ist das hilfreich, dann kann uns das also auch durchaus glücklicher im Alltag machen, aber wenn eine bestimmte Nutzungszeit überschritten wird, tritt das Gegenteil an. Also haben wir uns dann mit Kollegen auf die Suche gemacht, 2014 ein großes EU-Projekt auf die Schiene gesetzt, um genau dieser Frage nachzugehen, weil diese Forschung ist ja extrem dünn. Wir haben nämlich gefragt, ja wie ist das denn das jetzt mit dem mobilen Daten-Nutzungsverhalten? Was wird denn nun auf diesem Datelfon wirklich gemacht? Konnte mir ja keiner sagen. Immer wenn ich mit Leuten spreche, ich denke, nein, nein, ich habe ja sowas gar nicht. Oder andere sagen, ja, ich kann das ja abschalten. Dritte sagen, nö, nö, ich gucke da nur mal so drauf und so weiter und so fort. Die Beobachtungen sind aber von allen Menschen, von sehr vielen Menschen ganz, ganz andere. Also haben wir uns dran gemacht und haben eine App entwickelt, so wie sie die NSA, Tonnenweise auf ihren Servern liegen hat, die eigentlich nichts anderes macht, als das Datennutzungsverhalten auf Smartphones ausschließlich in Deutschland zu checken. Im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes, also nächstes Jahr im Sommer wäre es dann nicht mehr gegangen mit der EU- Geschichte, aber im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes konnten wir also das Nutzungsverhalten identifizieren. Wir haben 600.000 Datensätze identifiziert, davon 370.000 bis heute ausgewertet und es ist die größte auf der Welt befindliche repräsentative Studie des mobilen Datennutzungsverhaltens. Die Ergebnisse darüber kann ich abends reden, vielleicht nur so zwei, drei Highlights. Das Smartphone wird durchschnittlich 3,5 Stunden in der Zielgruppe von 14 bis 65 genutzt. Aktiv, nicht, dass es da liegt und an ist, sondern aktiv genutzt. Wir haben also nicht nur geschaut, ist es an, sondern wir haben geschaut, ob wirklich Datentransfers stattfinden, die über dem normalen Backup und normalen Datentransfers des Systems hinausgehen. 3,5 Stunden wird es also aktiv in der Zielgruppe durchschnittlich genutzt. Dann kommen einige von Ihnen sicherlich dann heute oder heute Abend auf mich zu und sagen, ich habe sowas gar nicht, kann ja gar nicht sein. Dann muss es irgendjemanden geben, der im statistischen Mittel diese 3,5 Stunden noch um drauf hat. Also bei sieben Stunden liegt, was denn wiederum der Kim-Studie 2016 exakt entspreche. Zum Telefonieren wird es nicht mehr genutzt, das ist nichts Neues. 9,8 Minuten wird es überhaupt noch zum Telefonieren genutzt. Erfreulicherweise habe ich draußen, als ich auch am Telefonieren war, gesehen, dass es doch noch mehrere Menschen gibt, die das aktiv nutzen. Die am häufigsten genutzte App ist eben nicht WhatsApp, sondern es ist Facebook durchschnittlich. Auch hier in der Regel führe ich abendliche Diskussion bis morgens um halb vier, wo dann Menschen mir sagen, sie hätten überhaupt kein Facebook, aber sie wissen, im statistischen Mittel müssen dann irgendwo die es nicht nutzen, von anderen dann mehr genutzt werden. Interessant auch, dass wir feststellen konnten, dass täglich durchschnittlich 150 Aktivierungen auf jedem deutschen Smartphone stattfinden. Aktivierung heißt, ich ziehe das aus der Tasche, aktiviere den Home-Button oder bei dem neuen iPhone X schaue ich dann halt rein, es wird aktiviert und damit werden dann Uhrzeiten ähnliche Messenger Notifications und so weiter und so fort dann gesichtet. Wir haben auch die sogenannten Apps, die auf den verschiedenen Betriebssystemen vorhanden sind, kategorisiert im Hinblick auf, was ist eine produktive App, die einen Lebens- und Arbeitsalltag produktiver machen können und welche sind es nicht. Wir haben festgestellt, dass also um die 60 Prozent der Standard-Apps auf den Geräten eben keine produktive Lösung für Lebens- und Arbeitsalltag liefern. Wir haben geguckt, welche von diesen produktiven Apps dazu gehören, Mail und auch der Browser und auch ein Banking-Modul und so weiter und so fort, denn tatsächlich in den Smartphones genutzt werden und das sind dann von der Gesamtnutzungszeit nur 10 Prozent. Dann haben wir geschaut, naja, wenn denn das Gerät tatsächlich nur so seltsamerweise unproduktiv genutzt wird. Wofür wird es denn dann genutzt? Und da reden die Studien ja nicht so gerne drüber, insbesondere dann Studien von Lobbyisten und Stiftungen und ähnlichen. Zu über 90 Prozent wird es für Entertainment und Medienkonsum genutzt. Das Medienkonsum könnte für Sie jetzt als Journalisten natürlich fantastisch sein, sagen wir, super, perfekt. Aber eben nicht für den qualitativen Journalismus, das ist das Interessante, sondern das Große der Zielgruppe informiert sich über die sozialen Netzwerke, über das, was im Weltgeschehen passiert. Besorgniserregend finde ich persönlich, dass die Nutzungszeit eben nicht nur irgendwo zwischen 9 Uhr und 17 Uhr stattfindet, also einer normalen Arbeitszeit, sondern dass wir in den letzten drei Jahren signifikante Anstiege erkennen in der Nutzungszeit zwischen 1 und 3 Uhr und zwischen 5 und 7 Uhr. Jeder Zehnte nutzt im Jahre 2016 sein Smartphone zwischen 1 und 3 Uhr. In unzähligen Diskussionen, in Foren und auf Podien und auch an abendlichen Veranstaltungen kommen dann Menschen auf mich zu und sagen, naja, früher habe ich ein Buch genommen, wenn ich nicht schlafen konnte, jetzt dadle ich am Smartphone. Aber was hat das für Konsequenzen am Alltag? Und darauf sollte man als Medienmacher und als Medienschaffner schon durchaus Rücksicht nehmen. Denn, wenn die Mediennutzung auf den mobilen Endgeräten dazu führen, dass über 150 Aktivierungen pro Tag der Alltag komplett fragmentiert wird, also das Rezipieren von Informationen quasi überhaupt gar nicht mehr möglich ist, geschweige denn durch komplette Artikel, den Leser man kaum noch erreicht. Sie stellt man auch fest, dass durch diese hohe Interaktivität auch die Erholungsphasen sinken, insbesondere wenn es auch noch jeder Zehnte nachts nutzt. Wir sehen in den jungen Zielgruppen, gerade in der Zielgruppe 14 bis 17 ein extrem nachlassendes Konzentrationsverhalten. In einem Artikel konnte ich nachweisen, dass sich eine Maus länger konzentrieren kann als ein Jugendlicher zwischen 14 und 17 mittlerweile. Wir sehen eine wachsende Unzufriedenheit selbst bei der digitalen Nutzung. Die Sino-Studie 2016 hat das auch fantastisch belegt, in denen dann diese Zielgruppe auch sagt, dass eigentlich diese dauerhafte Daddelei auf den Geräten sie unfassbar und unglaublich annervt. Aber sie können nicht ohne. Wir sehen sogar in den Unternehmen, da zeigen die ersten amerikanischen Studien, dass dieses digitale mobile Datennutzungsverhalten über das eigene Smartphone sogar als Produktivitätskiller führt, in dem hier also von einem Arbeitstag mittlerweile ein ganzer Arbeitstag pro Woche für private Mediennutzung stattfindet, was aber kein Chef weiß. Und wenn es verbietet, gehen sie halt auf Toilette und machen es dort. Wir sehen durch die aktuelle DHK-Studie aus dem Jahr 2016 vor allem auch die ersten Auswirkungen von digitalen Entwicklungen. Und ich habe Ihnen ja versprochen, ich möchte es aus einer anderen Perspektive als aus einer Pro-Perspektive betrachten. Wir sehen einen wachsenden Anstieg von zunehmenden Fehltagen, insbesondere in den letzten drei Jahren. Das hat in den letzten sieben Jahren um 71 Prozent zugenommen. Und zwar Hauptgrund, und das weiß die DHK, die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, die zählt dann die Krankmeldung und guckt da drauf, was steht da drauf. Das haben die, diese Information, insbesondere durch Schlafstörungen. Die Schlafstörung ist die höchste basale Grundlage für Unzufriedenheit und spätere pathologische Befunde wie depressives Verhalten beispielsweise. Und das wissen wir natürlich auch, wenn dann der Geist und der Körper sich nicht erholen können. Das geht mal ein paar Wochen gut, wenn man mal richtig Vollgas geben muss oder wenn mal wieder gerade ein Präsident abgedankt ist oder ein Kanzler nicht gewählt werden kann. Da muss man ein bisschen mehr arbeiten, ohne Frage. Aber auf Dauer führt das halt dann zu krankhaften Verhalten. Sie führen dann und die Interpretation der DHK sagt, es gibt zwei wesentliche Gründe. Das erste ist natürlich die wachsenden Anforderungen an die individuelle Arbeit. Aber, und ergänzend, das zweite vor allem auch die wachsende Datennutzung über die mobilen Endgeräte. Das sind die zwei wesentlichen Gründe wachsenden Krankheitsverhalten. Also, das kann man jetzt ohne Ende noch fortführen, was es denn in der aktuellen Datenlage dort gibt. Ich möchte hier kurz stoppen. Vielleicht brauchen wir bei der nächsten Bundestagswahl, und vielleicht haben wir im Frühjahr wieder eine neue Bundestagswahl, wer weiß, neue Plakate, die vielleicht heißen Denken First und Digital Second. Vielleicht brauchen wir irgendwie ein Berufsbild, das man nähren kann Ausbildung zum Digitarier, der eine ganz wesentliche Fähigkeit und Kompetenz entwickeln sollte, nämlich zu lernen, wie man abschalten kann. Das anschalten können wir alle. Wir brauchen aber vor allem insbesondere in den Schulen, wenn es darum geht, jetzt digitale Bildung flächendeckend, und in Österreich gibt es ja hinreichend Protagonisten auch in der Politik, gerade in der vergangenen Politik, also im Bereich der digitalen Bildung, sicherlich einen stetigen und aktiven Diskurs. Aber bevor wir daran überlegen, Kleinkinder an die Abhängigkeitswischgeräte dranzubringen, brauchen wir vor allem präventive Medienkompetenzmaßnahmen in den Schulen, so ähnlich wie Aufklärungsmaßnahmen, was denn eigentlich dort passieren kann, und natürlich in diesem Zuge auch eine qualitative Hinführung zum Umgang mit digitalen Medien, ohne Frage. Wir brauchen auf Gesetzesebene in Deutschland, da bin ich sehr aktiv, vor allem ein Gesetz für die digitale Fürsorgepflicht von Eltern, insbesondere von Eltern. Das ist noch nicht gesetzlich verankert, aber Fürsorgepflicht bedeutet, dass wenn ein Elternteil sieht, dass Kinder ein Missbrauchsverhalten dort haben, gesetzlich belangt werden können. In anderen Fehlverhaltensweisen gibt es da schon seit vielen Jahren und Dekaden, nur im digitalen Bereich noch nicht. Denn der Bericht der aktuellen Datenschutzbeauftragten, Drogenschutzbeauftragten des Gesundheitsministeriums in der Blickstudie, zeigt ein sehr, sehr signifikantes Fehlverhalten im elterlichen Umgang dort. Und Eltern sind häufig sehr, wie soll man sagen, ahnungslos, was eigentlich die Kids dann letztendlich dort machen. Und wir brauchen, damit das Digitale eben das Soziale nicht verdrängt, nicht nur die politischen Rahmenbedingungen meiner Überzeugung nach, sondern vor allem auch ein Kompetenzprogramm, in dem Kinder und Jugendliche eben nicht daran geführt werden, wie sie in 15, 20, 30 Jahren die Roboter der Zukunft bauen, sondern wie sie sich sozial verhalten können, also brauchen sie Sozialkompetenzen. All das kann dazu führen, dass in Zukunft das Digitale eben nicht das Soziale verdrängt und wir vielleicht eine Gesellschaft sind, die auf einer breiten Wertebasis weiter sich entwickeln kann in den Rahmenbedingungen und der Nutzung des Digitalen als Instrumentes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus 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 Applaus